Hallo, ich bin der Ikram und ich zeige euch heute, wie man bei uns so richtig relaxen kann. Hinter mir seht ihr unsere Massageliege. Das ist ein Wasserbett und ihr werdet mit Wellen massiert. Hier bei dieser Bedienung könnt ihr einstellen, welcher Körperbereich massiert werden soll und auch die Stärke der Wellen. Je nachdem, wie intensiv ihr es gerne habt. Es regt eure Durchblutung an und euren Stoffwechsel und ihr könnt natürlich komplett runterkommen vom Training und habt keine Glieder und keine Rückenschmerzen. Hier sind unsere Solarien, die ihr natürlich zu jeder Jahreszeit verwenden könnt. Im Sommer als super Einstieg in die Bräunungszeit und im Winter, um euer Wohlbefinden zu verbessern. Ganz viel Vitamin D3 und es ist auch sehr gut für euer Immunsystem. Mehr Infos zu unseren Relax-Angeboten findet ihr bei unserer Rezeption in unserem Studio. Bis dahin wünsche ich euch toll, toll, toll für ihr Training und ich hoffe, ich sehe euch hier. Tschüss!